Spargel aus Griechenland. Schweinekotelett. Ach, was steht denn hier? Fünf Liebhaber gleichzeitig. Das geht prima. Kölnerin startete nach Ehe aus ein gewagtes Sexperiment. Wow, was manche Frauen sich so ausdenken. Wie sich die brave Ehefrau in einen Vamp verwandelte. Aha. Längst Vergangenheit, Blümchenhintergrund, Blümchenkleider, Blümchensex. Also ich gebe es zu. Ich habe das Buch geschrieben. Fünf Männer für mich. Alles weitere steht hier drin. Viel Spaß beim Lesen.